Ey Leute, bedrückt euch ok und herzlich willkommen zu Asuras Clip of the Week. Heute haben wir Asura Twiwi mit einem wunderschönen 1440 hier auf jeden Fall. Er schubst zuerst seinen Teammate ein bisschen unglücklich runter, der ziemlich mad von mir ist, aber dann denkt er sich selber. Er macht einen Knife-Insta-Swap Double-Pistol-Reload zu einem weiteren Knife-Insta-Swap 1440 mit Reload und denkt den Jungen weg, man! Nice, Twiwiwi! Let's go! Ich hoffe euch hat dieser Clip of the Week gefallen, haut rein Jungs, bis zum nächsten Mal, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal, ciao!